Dieser schicke und praktische Ford Transit Custom Kastenwagen könnte schon bald vor Ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der Euro 6 Dieselmotor mit AdBlue Technik erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Er lässt sich leicht beladen durch Doppelflügeltüren hinten und eine Schiebetür rechts. Im Laderaum gibt es eine Seitenverkleidung aus Holz und einen Vinylboden. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Vordersitze bieten viel Komfort und eine gute Sitzposition. In der Trennwand gibt es ein Fenster, ebenso in den Hecktüren, sodass Sie durch den Wagen hindurch schauen können. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Wagen schützt Sie rundum mit ABS, ESP und Airbag. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. In diesem schicken und dennoch so praktischen Ford Transit Custom als 280er werden Sie viel Spaß und Erfolg im Betrieb haben. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Wissmann freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017